Wenn ich richtig informiert bin, sehen Sie selber nicht so viel fern. Ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden, was sich auf die Nachrichten bezog. Und Sie haben da gesagt, ich habe nicht so viel Lust, mir den ganzen Müll, der sich auf der Welt tut, reinzuziehen. Er verdirbt mir die Laune. Ich will Ihnen wahrlich nicht die Laune verderben, aber ich möchte einmal nachfragen, sollten Nachrichten im Fernsehen Ihrer Meinung nach anders gemacht sein, aufgemacht sein? Nein, mir geht es darum, dass man sich generell vom Fernsehen nicht so berieseln lässt, dass man sagt, 8 Uhr, jetzt gucke ich die Nachrichten. Sondern so, habe ich jetzt Lust, mir das anzutun? Oder morgens schon, man ist kaum aufgestanden, Erdbeben da, Katastrophe da. Also überall irgendwie Chaos und das überfordert mich zu gewissen Zeiten, wo ich sage, das möchte ich mir jetzt nicht reinziehen. Das ist das, was ich sage.